Sehr geehrte Damen und Herren, wir von Steko X möchten Sie gerne auf die Bauma nach München einladen. Wir zeigen Ihnen neue Injektionsschläuche, neue Quellbänder, Frischbeton-Verbundfolie. Das hast du das zweite Mal erzählt. Ja, fällt dir da was Besseres ein? Klar. Ja, was denn? Das Ding ist schon wieder kaputt? Nee, eigentlich nicht. Und jetzt? Das Ding ist schon gleich. Ja, okay. Untertitelung des ZDF, 2020